Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Wismar, der alten Hansestadt an der Ostsee. Wismar war schon früh ein bedeutender Handelsplatz und ist ein herausragendes Beispiel der norddeutschen Backsteingotik. Wir starten unseren Rundgang am Fischereihafen in Wismar, welcher sich den Charme vergangener Jahrhunderte erhalten hat. Wer die Fischer fragt, wie groß die einzelnen Fischarten werden können, wird auch gern mal auf den Arm genommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt auf dem Marktplatz von Wismar, dem größten seiner Art in Norddeutschland. Hier gibt es viele historische Gebäude, wie zum Beispiel das Haus alter Schwede oder die historische Wasserkunst, welche der Trinkwasserversorgung in früheren Jahrhunderten diente. Wir sind vor울, wie zum Beispiel die Aussage des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020